Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es um Roxy und Calvin von Temptation Island VIP und die Frage, ob die beiden schon längst getrennt sind. Und ich habe da ein klares Indiz dafür, dass die beiden getrennt sind. Man hat ja auch schon das Ganze eigentlich kommen sehen. Beide waren ja nicht die treuesten bei Temptation Island VIP und haben sich da ihre Freiheit noch gegenseitig rausgenommen. Ich fand zwar Calvin insgesamt immer schlimmer und der war auch der Auslöser dafür, dass Roxy sich anders orientiert hat und den Jail dann auf jeden Fall bei dieser Staffel interessant gefunden hat. Allerdings muss man auch sagen, sie hat sich halt auch so ein paar Freiheiten rausgenommen, wo ich dann auch das Ganze sehr kritisch sehe. Also man muss ja nur nicht, wenn der eine Partner so eine Scheiße baut, sich dann auch gleich wieder einen neuen suchen. Soviel erstmal dazu. Aber jetzt haben sich natürlich auch viele die Frage gestellt, sind die beiden getrennt, ja oder nein? Und ich sage ja, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Die beiden sind getrennt, denn ich habe bei der Recherche für dieses Video auch mal ein bisschen rumgeguckt und da habe ich bei Promiflash ein Artikel gesehen und da hatte Roxy mit ihrem Facebook-Account auch kommentiert. Und dann bin ich auf ihren Account gegangen und habe Folgendes gesehen. Ja, da steht Single. Also sie hat die Anlage gemacht, dass sie Single ist. Also ist sie auch mit Jay anscheinend momentan vielleicht maximal in der Kennenlernphase oder es ist nichts draus geworden. So viel kann ich euch jetzt erstmal spoilern, dass sie zumindest dort Single stehen hat. Und das deutet ja schon mal darauf hin, dass sie mit ihrem Calvin nicht mehr zusammen ist, zumindest wenn man diesem Facebook-Eintrag glauben mag. Vielleicht hat sie den jetzt auch nicht umgeändert. Manche ändern den ja auch nie um. Ich finde das sowieso schwachzünder, dauernd den Status da umzuändern. Das ist ja irgendwie wie in der zweiten Klasse. Also ich habe da noch nie was dran umgestellt, egal ob ich jetzt irgendjemanden kennengelernt hatte oder nicht. Also das ist mir dann zu blöd und zu affig. Aber manche machen das ja und wenn sie auch den Single-Status angegeben hat, dann kann man ja eigentlich auch davon ausgehen, dass sie Single ist. Zumindest ist das jetzt mein Indiz. Jetzt stellt sich auch die Frage an euch. Wie denkt ihr darüber? Sagt ihr, Mensch, das wird so sein. Die ist Single und das auch zu Recht, weil Calvin ja da wirklich eine Schote nach der anderen rausgehauen hat. Man erinnert sich ja nur an die Geschichte, wo er sich da einen von der Palme gewedelt hat. Also das war ja wirklich teilweise sehr grenzwertig, was er da getrieben hat. Weil es ging ja auch immer weiter. Also es war ja nicht nur das, sondern auch im Nachhinein auch viele andere Geschichten. Bei ihr aber auch. Sie hat sich ja mit Jay dann auch im Bad eingeschlossen. Und ja, das waren ja auch so ein paar Nummern, die auf jeden Fall sehr grenzwertig waren. Generell ist diese Show meines Erachtens sehr kritisch zu beäugen und sehr schwierig. Und ich muss sagen, ich kann es nicht verstehen, dass man seine Partnerschaft und seine Beziehung für so ein Format, ja, mehr oder weniger in den Wind schießt. Denn selbst wenn man jetzt nicht darauf eingeht und relativ treu durch die Weltgeschichte geht, dann bin ich der Meinung, dass das trotzdem in so eine Ecke abdriftet, wo man eigentlich mit seiner eigenen Beziehung, wie er heilig sein sollte und mit seiner Frau oder mit seinem Mann nicht hingehen sollte. Das ist so meine Meinung zu dem ganzen Thema. Und ich denke, ich spreche da auch für viele von euch, die da auch sagen, Mensch, das geht in so eine Richtung, die muss nicht sein und das geht zu weit. Und wir haben ja da auch Leute schon zusammenbrechen sehen, wie Julia Siegel. Auch Roxy war ja da sehr traurig in den ersten Tagen, weil sie anscheinend doch irgendwie auch in Calvin mehr gesehen hat. Auch Calvin hat sich ja dann auch ein bisschen trauriger und nachdenklicher gezeigt, als er dann die Bilder von Roxy gesehen hat. Also ganz, ganz strange Situationen. Also beide hatten sich ja sowieso bei Temptation Island der normalen Version kennengelernt und sind ja dort auch schon, da war sie ja die Verführerin und ja, dann haben sie sich ja dann kennengelernt und angeblich auch verliebt. Ich denke, da wird auch mal viel Show dabei gewesen sein. Aber ja, also ich halte von diesen Sendungen nicht viel. Also ich glaube, da sind wirklich die meisten nur dabei, um halt bei Instagram ein paar Follower mitzunehmen und sich dann dort eine Reichweite aufzubauen und ein wenig Geld damit zu verdienen. Was ja auch nicht schlecht ist und auch nicht ultra verwerflich, aber insgesamt auch ein bisschen komisch. Komisch ist auch, dass Roxy ihren Instagram-Account privat gestellt hat. Also vielleicht ist ihr das alles zu viel geworden mit den ganzen Nachfragen oder negativen Kommentaren. Keine Ahnung, falls sind ein paar Calvin-Fans rübergegangen oder sie hat einfach unangenehme Fragen gestellt bekommen. Also ich denke mal, da wird es auch abgegangen sein in den letzten Wochen und vielleicht hat sie es deswegen privat gestellt. Normalerweise ist das ja für Influencer eigentlich No-Go in der Größe, ihr Profil privat zu stellen. Aber das war in der Vergangenheit ja schon öfter so, dass Leute, die viel Kritik oder vielleicht auch blöde Fragen gestellt bekommen haben von der Community, dann halt diesen Schritt gegangen sind. Und ich frage euch jetzt nochmal, wie seht ihr die Staffel bislang? Sagt ja auch, Mensch, irgendwie komisch, auch der ganze Haufen da. Warum tut man sich das an und seiner Beziehung? Warum riskiert man eine Liebe dafür? Ja, wenn man jetzt wirklich mal naiv ist und glaubt jetzt, dass die jetzt alle da verliebt sind, dann warum macht man sowas? Also ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich würde niemals, wie gesagt, mit meiner Freundin, Frau, wenn ich jetzt eine hätte, in so eine Reality-Scheiße gehen. Also wenn es jetzt ein Format ist, was jetzt Hand und Fuß hat, was jetzt nicht ganz so trashig ist, dann würde man sich das vielleicht noch überlegen. Aber ich fand selbst das Sommerhaus immer schon sehr grenzwertig. Da haben sich ja auch schon viele Pärchen dann danach getrennt, wie jetzt das Bachelor-Paar oder auch andere, die danach sich getrennt haben, weil das dort auch sehr grenzwertig war. Und so eine Sendung, wo man halt auch gezielt versucht, die Leute auseinanderzubringen mit irgendwelchen Versuchungen und Co. Und irgendwelche Frauen, die dann versuchen, die Männer auszuspannen oder irgendwelche Frauen, ja, oder welche Männer, die versuchen, die Frauen auszuspannen. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man sich sowas antut und finde das einfach nur noch merkwürdig. Und ich musste auch jeden von diesen Kandidaten kritisieren, auch im Willi Herrn. Ich glaube, das war, wenn ihr die neueste Folge schon gesehen habt bei RTL Now, auch absolut grenzwertig. Ich glaube, ich werde auch noch mal darüber berichten. Da wurde ja auch aus einer Mücke ein Elefant gemacht. Ja, also das war auch, wo ich mich gefragt habe, also warum tut man sich das an? Ja, der hat ja seiner Frau schon genug zugemutet. Warum tut man sich dann noch so eine Sendung da an? Vielleicht denken die sich auch, gut, wir nehmen hier die 20, 30 oder 40.000, ich weiß ja nicht, was die da an Gage bekommen. Nehmen wir dann da mit. Dann haben wir wieder für ein Jahr Ruhe. Ist ja durch Corona jetzt auch so, dass er jetzt da seine Gesangskarriere, in Anführungsstrichen, auf Mallorca jetzt auch nicht vorantreiben kann. Und vielleicht liegt es auch daran, dass er dann Geld braucht. Julia Siegel ist eigentlich mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, warum sie da sich mit ihrem Mann da reingeht und sich da demütigen lässt. Sie hatte ja auch dann ihren mentalen Breakdown dort und hat ja auch alles hinterfragt in der letzten Folge. Und auch das Pärche, wo ich den Namen immer vergesse, die jetzt festgestellt haben, dass sie beide keine Kinder zusammenbekommen wollen. Also ich weiß nicht, irgendwie, was soll der Scheiß? Also warum tut man sich das und seiner Beziehung an? Ich hinterfrage diese Leute und hinterfrage auch generell solche Formate. Für uns ist es natürlich trotzdem interessant und auch unterhaltsam. Deswegen berichte ich auch drüber. Aber ich muss hier mich nochmal kurz auskotzen. Sorry, falls das halt so ein bisschen lange gewesen ist, um jetzt nochmal klar zu beantworten. Die Frage für mich sind Roxy und Kevin längst getrennt. Wenn das nicht vielleicht sowieso nur Show war, war die ganze Nummer mit der Beziehung. Ich vermute, sie haben das da einfach nochmal mitgenommen, um sich da noch ein bisschen Reichweite aufzubauen. Hat ja auch ganz gut geklappt. Aber sie scheint wohl sich getrennt zu haben oder eher von ihr. Das kann natürlich auch so sein, denn sie hat, wie gesagt, bei Facebook Single stehen. Und ich vermute schon, dass das ein Indiz sein könnte. Deswegen setze ich das auch alles in ein großes Fragezeichen. Übernimmt das jetzt nicht, aber ich dachte, das würde euch vielleicht interessieren. So viel dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald und ciao, ciao.